Also die Veranstaltung heute hat mir außerordentlich gefallen. Sehr, sehr viel Interesse, sehr viele Gäste, starke Fragen und man sieht, Energie ist ein Thema, das auch emotionalisiert, das im Mittelpunkt von vielen, vielen steht und das haben wir heute Abend gelernt. Und wenn ich gucke, das Thema Versorgungssicherheit, dann passt das auch zu unserem Credo als Bayernwerk. Wir glauben, dass Energiewirtschaft wie drei, die Sozialbarkeit, die Versorgungssicherheit und die Nachhaltigkeit muss man im Gleichgewicht halten. So verstehen wir die Energiewende. Insofern fand ich das auch sehr toll und mutig, dass die Wirtschaftsbeirat dieses Thema auf die Agenda gesetzt hat. Das gehört zum Rechtsinstitut in der Diskussion.